Ich bringe mein Horn zu mir, aber zuerst muss ich aufrecht sitzen, das heißt meine Sitzknochen sind auf dem Stuhl, ich kann die spüren und es ist 50% Gewicht, natural und auch in die Richtung, ich finde meine Mitte. Dann danach, ich lasse meine Schultern nach unten sinken und ich lasse meinen Kopf nach oben gehen, entspannt. Dann ich bringe mein Horn zu mir und du siehst, dass der Winkel nicht so ist, sondern, dass es ein bisschen fresh sein wird. Und, kannst du bitte kurz hier reinschauen, wie sieht dann meine Handhautung aus? Nicht so, auch nicht so, sondern, kannst du sehen, hier wo du siehst, wo meine Hand normalerweise hingeht. Ich stelle das mal um, wenn du das wie eine Uhr betrachtest, das ist zwischen 1 und 3. So, hier ist meine Handhautung und das Gewicht von dem Horn sitzt hier, aber meine Finger hier sind immer noch auf dem Blech. So, ich bereite das vor und die Legos rein und ich mache hier und eine automatische Haltung ist, quasi wie ein Glasstreck. So, ich mache meine Handhautung und das Gewicht. So, ich mache meine Handhautung. So, ich mache meine Handhautung hier. So, ich mache meine Handhautung. Und meine Oberlippe ist ... Super locker. Ü. Beide Lippe. Weißt du es? Okay, so. Zu mir bringen. Handhautung. Ü. Du. 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 Du.